Herr Professor Weidenfeld, in der Vortragsreihe der Katholischen Erwachsenenbildung im Bistum geht es um die Frage, wie wir morgen leben werden. Und bei dieser Frage, sei es, wenn es darum geht, demografische Entwicklung oder Abwehr von Terrorismus, Abwehr von Cyberattacken oder auch die generelle Frage, was ist eigentlich unsere Identität, scheint Ihre Antwort immer Europa zu sein. Worauf gründet Ihre Hoffnung auf Europa? Bei all diesen Fragen können Sie beobachten, dass die Antworten auf solche Herausforderungen, wenn Sie genauer darüber nachdenken, immer so eine europäische Komponente haben. Also die Herausforderung der Sicherheit, Terror, ja, welche Antwort haben wir da? Ist die NATO alleine? Na, Europa, Europa. Und entsprechend können Sie das sehen bei der Frage, und wie soll übermorgen die weltpolitische Architektur aussehen? Ja, Europa, Welt macht den Werden. Und die anderen sagen, beispielsweise die amerikanische Regierung kümmert euch doch selbst auch mal ein bisschen intensiver darum. Ja, wer soll es machen? Europa. Also insofern, Sie haben immer diese Art Europa-Antwort, wenn Sie die Probleme ernst nehmen. Dieses Europa hat auf der einen Seite ja die große Erfolgsgeschichte anzubieten über Jahrzehnte. Sie hat daneben die Komponente Pragmatismus im Alltag, die Kleinigkeiten werden pragmatisch geregelt. Und dann haben Sie immer so alle sieben, acht Jahre Krise, da kommen die Europäer unter Druck und dann kann es eine Antwort geben. Ja, doch nicht vom einzelnen Staat, Österreich alleine, Deutschland alleine. Nein, das ist ja gar keine Antwort, sondern Europa, Europa. Und insofern taucht dieses Europa-Thema eben durch eine Art naturwüchsige Dynamik immer wieder auf. Das ist jetzt nicht intellektuell erfunden. Wer sind denn wir? Was ist die europäische Identität? Reicht es noch, Europa als christliches Abendland zu definieren? Na, das, was man unter christlichem Abendland verstand, war ein Element, das Sie nicht heute so dominant einfach als Antwort angeben können. Und das macht ein Stück weit das Defizit Europas aus. Sie brauchen eine Geschichte, die Sie erzählen, was denn dieses Europa zusammenhält. Ich darf darauf hinweisen, in wenigen Wochen kommt von mir ein dickes Buch heraus, Europas Seele suchen. Das ist es. Wo haben Sie sie gefunden? Ja, die habe ich gefunden und überlasse es Ihnen als Leser, sie wirklich richtig gefunden zu haben. Wenn ich Ihnen das jetzt alles schon erzählen würde, dann würde ich sagen, ja, was soll ich jetzt damit. Europa braucht eine dynamische Erzählung, warum das Ganze so ist, warum der Druck da ist, es so und so beantworten zu müssen. Und an dieser Erzählung muss man arbeiten. Diese europäische Story, die gab es ja mal in den 50er und 60er Jahren. Diese Idee, dass die europäischen Nationen friedlich miteinander vereint sein sollten, zählt das nicht mehr heute? Ja, das ist konsumiert. Sie können jetzt nicht sagen, ach, in den 50er Jahren, da war das und das. Na ja, gut, das würde ein Gähnen auslösen. Wie soll ich meinen Studenten jetzt irgendetwas erzählen, was in den 50er Jahren doch mal großer Erfolg war? Bis hin zur Überwindung der Teilung Europas dann 89, 90. Ja, das kennen wir doch inzwischen alles. Sie müssen die jetzige Herausforderung definieren und dafür die Antwort bieten. Und das ist es dann. Was ist denn die jetzige Herausforderung? Die große Herausforderung in Sachen Sicherheit, die große Herausforderung, wie ich den politischen Rahmen für Wirtschafts- und Währung biete. Und dann natürlich, wie ich damit gleichzeitig meiner weltpolitischen Mitverantwortung gerecht werde. Ich kann doch nicht einfach sagen, na gut, dann sollen halt die Bomben im Mittleren Osten explodieren. Und das ist es halt, sondern wir hängen ja in dieser Verwebung mit drin. Wir können auch heute nicht einfach sagen, wenn es zu weiteren großen Konflikten interner Art kommt in Indien, ist uns doch egal. Sondern wir haben mit all diesen, sagen wir, weltpolitischen Verwebungen etwas zu tun. Und da können wir nicht einfach sagen, naja, wir Deutschen oder wir Österreicher oder wir Luxemburger sind doch zu klein. Lass uns doch bitte in Ruhe. Das ist Schnee von vorgestern. Gerhard Schröder hat ja in den jungen Jahren seiner Kanzlerschaft schon von einem Europa der zwei Geschwindigkeiten gesprochen. Kann denn jetzt so eine deutsch-französische Achse, der neue Staatspräsident in Frankreich, scheint das ja sehr zu forcieren, wieder eine Dynamik für Europa bringen? Die deutsch-französische Führungsleistung ist unverzichtbar bei dem Ganzen. Aber es geht um mehr als um Zweigeschwindigkeiten. Weil bei Zweigeschwindigkeiten müssen Sie ja definieren, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu. Sondern das sind Differenzierungen. Die differenzierte Integration, das ist es. Sie werden bei der Sicherheit in der EU niemals 27 Staaten bei jedem Schritt an Bord haben. Sondern da wird es immer einen Teilausschnitt geben und mit dem kann man es dann machen. Und die anderen können ja vielleicht später dazukommen. Also differenzierte Integration heißt das Lösungswort. Und dazu brauchen wir eine strategische Kultur und so etwas wie eine strategische Klasse, die daran arbeitet. Was passiert, wenn dieses Europa scheitert? Naja, dann wären wir wirklich in einem riesen Desaster. Aber die Vernunft der Menschen sagt uns dann doch, so locker in den Abgrund stürzen will ja niemand. Und insofern ist da ja auch eine entsprechende Anstrengung zu beobachten, es eben nicht so zu machen, sondern mit einem strategischen Entwurf eine positive Antwort zu bieten. Vielen Dank. Vielen Dank.